Moin zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part, Leute, wo mein Patronus bestimmt wird. Discover your Patronus. Ich hab keine Ahnung, ich hab ein bisschen Angst, worauf das Ganze hinauslaufen sollte. Ich sag's euch direkt, Chat. Weil jetzt einige lachen werden, auch für die Leute auf YouTube. Wenn da irgendwas rauskommt, dass mein Patronus eine Wildsau oder ein Schwein oder sonst was wird, dann ist Feierabend, dann bin ich raus hier. Wenn das irgendwie ein Wildschwein oder so wird, dann hab ich keinen Bock mehr, dann hör ich auf. Dann ist direkt Ende, bevor es angefangen hat. Beginn. Träumer, Tänzer, Entdecker. Naja, gut. Hä? Ja, okay, Entdecker seh ich aber ein. Tänzer wär ich jetzt nicht so. Träumer weiß ich nicht, ich bin hier auch jetzt nicht unbedingt. Oh. Blade. Schatten. Earth, Wood, Stone. Stein. Hä, warum? It's forming, it's forming. Hope. Nein, ich hör's nicht grunzen, Chat. Da ist gar nix am grunzen. Oh nein. Ich soll's raussuchen. Ey, wenn da jetzt ne Wildsau kommt, dann raste ich aus. Wenn da jetzt ne Wildsau kommt, will ich raus, Leute. Ich sag's so, wie's ist. Mac P? Ich hab ne Taube als Patronus? Ne Taube? Tauben kacken alles zu. Das sind die Ratten der Lüfte. Was ist das denn für ein Test? Erst komm ich nach Ravenclaw. Dann krieg ich ne Taube als Patronus. Es ist ne... Es ist ne Taube. Elster, keine Taube. Ne Elster ist doch noch schlimmer. Die Cloud. Ich bin übelst der Ravenclaw. Ich fass es nicht. Erst wurde ich in Ravenclaw eingeteilt und dann krieg ich auch noch nen Vogel als Patronus. Das kann nicht sein. Ich kann das nicht ernst nehmen. Und ich muss jetzt nochmal nen Zauberstab auswählen. Das machen wir jetzt direkt mit First of All. Einen kurzen Zauberstab? Ich denk mal, das soll sowas wie Mittel heißen oder nen, äh... Ne, warte mal. Ich selber, wie ich bin, ich bin 1,75. Ich würd jetzt nicht sagen, dass das als groß zählt. Ist doch eher Durchschnitt, oder? Short? Nein. 1,75 ist doch eher Durchschnitt. Meine Augen. Gibt's dunkelgrün? Ne, green. What's the day on which you're aware born? Achso, ne gerade Nummer oder ne ungerade, ne? 25. Ist ne gerade Nummer, ne? Ist ungerade? Ach ja, die muss durch zwei Teilbar sein, Junge. Ich bin so dumm. Ey, aber wir wollen mal festhalten, Leute. Ich bin nicht in Hufflepuff gelandet, ja? Solange ich nicht in Hufflepuff drunter bin, ist alles gut. Ich bin lieber ein Ravenclaw als ein Hufflepuff, ja? So. Do your most pride yourself on your... Du wirst so ein Hufflepuff. Ich hab mein Haus schon ausgewählt. Ich bin Ravenclaw. Deine beste Eigenschaft. Ich glaub, nach der letzten Frage kann ich nicht Intelligenz nehmen. Es ist so eine Scheiße. Ich glaub, Intelligenz muss ich dann jetzt leider bei dieser Frage auslassen. Das wär jetzt ein bisschen hinterlistig, wenn ich Intelligenz nehmen würde. Optimistisch. Haben nicht schon immer die Leute gesagt, dass ich viel zu optimistisch bin? Und zu oft glaube, dass alles immer irgendwie gut laufen wird. Zum Beispiel auch in SOT und so. Freundlich bist du. Hm. Ist die Frage, ne? Wo würde ich mich da eher jetzt gerade sehen? Ich seh da... Imagination. Optimistisch genug für 25 durch 2. Du warst gerade sehr optimistisch, dass die 25 eine gerade Zahl ist. Vorstellungskraft wäre auch gut. Also Durchhaltevermögen müsste man auch definitiv sagen. Seid ehrlich. Also wenn es um Grind geht, hab ich Durchhaltevermögen wie sonst was, ne? Grinder bin ich durch und durch. Da geb ich dir recht, Rave. Also ich würde eher sagen Durchhaltevermögen. Die Frage ist, in welchem Sinne das gemeint ist, Durchhaltevermögen. Durchhaltevermögen in der Willenskraft oder in der körperlichen Kraft? Weil in der körperlichen Kraft Durchhaltevermögen. Da sieht's wieder anders aus. Da würde ich sagen, da wäre ich hier eher nicht. Willenskraft. Okay, komm, wir nehmen's. Oh, ich geh alleine, ähm, quasi an einem Weg oder einer Straße und ich darf quasi entscheiden, wo ich hingehen will. Zu einem See, einem Schloss oder in einen Wald. Auf einer verlassenen Straße, ja. Boah, Schloss ist schon sehr interessant, ne? Aber ich wäre auch so einer, ich würde sehr gerne in den Wald gehen. Zieh. Achso, mehr. Ich glaube, ich nehme das Schloss. Meine größte Angst, Feuer, Dunkelheit, Isolation, Höhe, wenig Platz. Small Space kann ich wegen meinem Gewicht nicht nehmen, weil wenig Platz bin ich gewohnt. Isolation, ich hänge den ganzen Tag vorm PC und gehe nicht raus, auch kein Problem. Darkness, ich kann im Dunkeln schlafen. Feuer, keine Ahnung, halt, ich grille gern und so, ne? Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Angst vor Feuer habe. Ich bin jetzt aber auch nicht so ein Dude, der Angst hat vor Höhe. Ich würde eher sagen, von allen hier am schlimmsten fände ich schon eher Höhe. Eine Kiste mit magischen Artefakten. Welches würde ich nehmen? Einen silbernen Deutsch. Einen Spiegel mit Ornamenten. Ein glitzerndes Juwel. Bound ist, denke ich mal, sowas Bound Scroll. Also eine Schriftrolle Bound. Was heißt Bound, goldener Schlüssel, Dusty Bottle, Black Glove. Schwarze Handschuhe. Gebunden, ach, gebunden, okay. Oder Dusty Bottle. Boah, ich glaube, ich nehme den Deutsch. Mit einem Drachenkern. Schwarze Walnuss. Schwarzes Walnussholz. Mit einem Drachenkern. Zwölfeinhalb Zoll. Und der ist flexibel. Das Problem ist, Leute, ich sage es so, wie es ist. Es kann sein, ich weiß nicht, wird man, wenn man das verbindet, dann im Spiel automatisch zugeteilt. Weil die Sache ist die, das ist ja auf einem Fake-Account. Und ich will das ja fürs Hauptspiel übernehmen. Das heißt, ich muss das nochmal auf meinem richtigen Account machen, die Fragen beantworten. Ja, wird es? Ja, dann muss ich das da auch nochmal machen. Aber da kann ich mich ja eigentlich nicht umentscheiden, was die Fragen angeht. Vielleicht mache ich da nochmal ein Video und dann schneide ich das nur zusammen, damit ihr sehen könnt. Also das Endergebnis. Aber man hat ja auch nirgendwo eigentlich die Daten gesehen, ne? Naja, werden wir sehen. Also ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was euer Patronus ist und was für einen Zauberstab ihr gekriegt habt. Ihr habt es bei mir jetzt gesehen. Ich bin gespannt, was bei euch so beisteht, Leute. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video übrigens ab Dienstag geht es dann los, ne? Mit Hogwarts Legacy. Bis dann. Tschüss zusammen.